Na, wir haben den Gräber gefunden. Ach, Schlüssel geholt, ja, ja. Hoffentlich klappt das. Ach doch, das kriegen sie hin. Doch, doch. Siehst du? Hör mal. Achso, das ist immer das Problem mit Schlüsseln. Wie geht da hinten? Oh. Ich wusste, dass das bis hierhin war. Achso, es ist schon offen. Warum öffnet es dich? Nicht? Wie sagt er das? Aha, es war wahrscheinlich schon offen. Sollen wir unsere Rücksäcke hier vielleicht sitzen? Ja, ich kann sie hinten hinlegen. Achso, wir haben es geklappt. Haben eigentlich eben die Schlüssel dafür bekommen. Oh, ha. Nochmal, wie ist diese Sachen drin? Oh. Und hier ist die Kirche, wo meine Vorvatern geheiraten würden. Da ist doch wirklich schön. Sollten wir die Tür öffnen gelassen haben? Ich weiß es nicht. Und eigentlich interessanterweise sind die Graben hier so viele haben die Nachnamen von meinen Vorvatern. Die sind sehr bekannt hier. Aber immer noch mit diesen Schlüssel, keine Ahnung. So, so geht es dann zu. Ich hoffte vielleicht, dass ich hier ein bisschen Plattdeutsch hören könnte. Ich habe ein paar. Postkarten. Das war so lustig. Und du zuckst deine Familie und du kommst aus den USA. Jawoll. Das war so lustig. 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 Ich habe so lustig. Vielen Dank.